Ich konzentriere mich auf die Aufgabe, die ansteht. Das habe ich immer gemacht. Das war im alten Jahr nicht anders wie auch jetzt zum Schluss. Ich versuche wirklich den Fokus auf das zu lenken, was ich beeinflussen kann. Und das ist mit der Mannschaft zu trainieren, sie bestmöglich vorzubereiten, das, was drumherum passiert, auszublenden und wirklich den Fokus auf dieses Spiel, auf diese Chance zu lenken. Und so ist meine Herangehensweise. Also deswegen bin ich da auch sehr positiv, was das Spiel am Samstag angeht. Und ich denke, dass wir die Chance, die noch da ist, einfach nutzen können.